Wäre es sehr unbescheiden, wenn wir unsere große Künstlerin bitten würden, etwas zum Besten zu geben. Aber bitte, nur einen kleinen. Also gut, aber wenn ich singe, dann bitte nur unter einer Bedingung, dass alle Herren mitsingen. Aber bitte, nehmen Sie etwas ganz leichtes. Ich bin nämlich unmusikalisch. Aber was ich Ihnen vorschlage, kann jeder singen. Dazu brauchen Sie gar nicht musikalisch zu sein. Das geht Ihnen sofort ins Ohr. Also? Sagen Sie dem Kapellmeister, er soll Berliner Luft spielen. Berliner Luft? Was ist denn das? Das ist ein Schlager von Paul Linke aus der Operette Frau Luna, die ich heute aus der Taufe gehoben habe. Wow! Und ich bitte sagen Sie, der Kapelle, die soll ab und zu ganz plötzlich zu spielen aufhören. Ganz plötzlich? Ja. Und meine Herren, bitte ich so lebenswürdig sein, sämtliche Stühle in die Mitte des Zimmers zu stellen. In zwei Reihen, bitte. In zwei Reihen, bitte. In zwei Reihen, bitte. Mit den Lehnen zusammen. Der Kapellmeister weiß Bescheid. Gut, dann stellen Sie sich auch gleich auf. Ich will mir nur einen Stuhl holen. Nein, eine Person darf gar keinen Stuhl haben. Meine Herren, aufgepasst. Wenn ich jetzt beginne zu marschieren, marschieren alle hinter mir und singen mich, ja? Aber ich kenne die Berliner Luft wirklich nicht. Ich bin doch aus Cottbus. Das macht ja nichts. Berliner Luft werden Sie sofort kennenlernen. Und wenn die Musik ganz plötzlich aufhört zu spielen, dann müssen sich alle rasch setzen. Und wer keinen Stuhl hat, der scheidet aus. Und der Letzte? Bekommt einen Neujahrskuss. Der darf ein Glas Sekt mit mir trinken. Oder beides? Ja, vielleicht. Bedenken Sie, wenn eine Frau vielleicht sagt, meint sie immer ja. Nein! Oh, meine Herren, ich sehe schon, sie gehen gleich aufs Ganze. Ich aber liebe Diskussion, ich rufe die wilden Kasse. Sie sind ja viel zu schnell bereit, wir lieb und frei zu spüren. Was muss daran die Schuld wohl sein? Ich kann nur so erklären. Berlin! 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 Oh nein, Berlin! Los! Mach die Berliner Luft, Luft, Luft! So! Mach die Berliner Luft, Luft, Luft! So! Mein Herr, Sie müssen ausscheißen! Aber nein! Aus! Nehmen Sie gleich diesen Stuhl mit! Aufgepasst, meine Herren! Weiter! Musik! Los! 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 Los!